hallo und willkommen mal wieder zu einer runde borderlands tach auch wir werden main quest weitermachen ist auch schon ausgewählt wir sollen das mit plaptrap treffen und zwar nicht hier ist anscheinend schon wieder ausgeflogen sondern in iridium bleibt ja da wieder ein bisschen ich muss ja wieder ein paar schöne sachen kaufen haben wir nicht schon ein haufen also ich habe 60 ich weiß es nicht ob ich habe nur 44 oder so okay ich kann mal gucken was es für die quest gibt wenn ich schon mal offen habe zwei verschiedene scharfschützengewehr also die gibt es auch von einer andere quest wollen wir die dann machen bitte lerne jack kennen da gibt es nämlich zwei verschiedene blaue also die auswahl zwischen zwei verschiedenen blauen scharfschützengewehren und auch blau hübsch da kann der teichi mal jetzt wieder und so weiter damit ich nicht mal so rumjammer ich weiß schon was habe ich natürlich mit mg beschworen na egal betriffst du wenigstens noch hat das auch ein rechtsklick ja da kann ich ranzoom mit anklagen sollen wir überhaupt hier lang ich habe es drauf Was ist denn mit meiner Maus heute los? Ah ja, schieb's ruhig auf die Maus Das war ja lustig Finde Jacks Tagebuch Oh, das ist unschönes Gewehr Ich hab ne ziemlich grelle Pistole hier gerade Na gut, das hellblaue gefällt mir jetzt nicht so, aber Hoffentlich ist das wieder so ein bisschen Rätselraten hier mit dem Tagebuch suchen Ja, bitte, ich will hier nie in drei Sekunden durch sein Hier drin war es schon mal nie Du schießt hier Bestimmt da oben Gegner Oh, das hätte ich nicht gleich mal wieder ins Auto Ein Autoschrot macht das schon Geh weg Ah, war doch nie so schwer Ich hoffe, wir dürfen gegen den Krieger noch kämpfen Na bestimmt Das muss bestimmt wieder Endgegner sein Ich hoffe Wohin doch, es kommen welche Es ist Geckse Ich treff sie gar nicht Ich geh mal das Tagebuch suchen Du wie du Oh oh, Exploder Wow Jetzt war ich fast aus dem Latschen gekippt Weil du schon wieder Spielchen mit irgendwelchen Hunden Irgendein Shield-Bot, Mann Ich mach doch keine Spielchen Bist du wieder einsteigen? Weil er eine Frau erwähnt hat Wirkt Mr. Morin Nein, nein, Jimmy Wirken tut man zum Beispiel, wenn einem etwas im Hals stecken bleibt Da ich aber Mr. Morin's Luftröhre mit einer Uhrkette zerquetsche, ist er drösseln, der Dressen bebequessen Tschüss Oh oh Na macht mal Machst du schön Machst du schön Gefällt mir, wie du das machst Geht mir auch Mühe Oh, wie weit willst du noch fliegen Das blöde Quest-Objekt Aber Mr. Tacitor Erpressung ist so ein hässliches Wort, finden sie nicht? Obwohl Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke Es ist überhaupt kein hässliches Wort Es ist ein steiles Wort Geil Wir müssen durchs Rohr Okay Okay. Sie konnten vielleicht die anderen Direktoren einschüchtern, damit sie ihre Anteile abtreten. Aber ich kenne sie. Ich weiß, dass sich hinter dieser lächerlichen Maske ein mieser kleiner Niemand verbirgt. Mr. Tesseter, mich würde etwas interessieren. Erkennen Sie den Unterschied zwischen Würgen und Erdrosseln? Bist du noch da? Bist du noch da? Bist du noch da? Na, sicherlich. Hier war noch nie was Gutes drin in dieser Kiste. Wurde sich bestimmt auch jetzt nie ergeben. Na ja, grüne Granaten-Mods. Aber hier kommen doch gleich wieder welche, oder? Grüne Granaten-Mods. Ach ja, sie doch. Ah, wie eine Biester. Spielst du schon wieder? Ja. Ich komme dir mal helfen, ausnahmsweise. Voll daneben, Mann. Dubidubidubidubidubidubidubi. Meine Schupe! Daddai! Daddai! Lol, wieso könnte ich dein Geschütz zurückholen? Wiss ich nie. Das ist dumm. Es knallten uns hier gerade so viel Raketen um, Johan. RPG-Loader, ja? Oh, krass. Hör mir mal das Leben da unten. Mach das mal. Schild. Jetzt stirbst du mir wieder. War nie so schlecht, das Schild. Und es ist weiß. Nehme ich. Entscheiden sie sich jetzt. Ah ja schon. Ist zwar weiß, aber es gibt mir immerhin 52 Gesundheit dazu und 4% Elementarschahn und ist dafür nur um eine Sekunde in der Ladeverzögerung schlechter. Ja, ja. Passt. Aber das dürfte ich durch meinen Beta-Stinger ja eigentlich fast gar nicht mitkriegen. Na, stimmt. Wow! Komm doch. Oh, meine Schrotflint-Munition geht dadurch ziemlich schnell leer. Einmal nachladen, bitte. Ups, das ging schnell. Messer in your fucking face. Ja, töte mir die Gegner vor der Nase weg, du Elender-Bastard. Was, ich brauche die EP, um dich wiederzubeleben. Damit wir endlich morben. Das ist lieber den mal getötet. Er hat uns doch gar nichts getan. Doch, er ist in unserer Nähe. Oh, fuck. Na, jetzt sehen wir zu, wie du die Gegner tötest. Verdammt! Weißt du, wie sich das anfühlt? Fritze! Oh, fuck. Ja, ja, was rechtes kommt wieder, ich will es. Scheiße! Und stellst du nicht auch genau in den rein? Weiter, Gorni! Also, so langsam müsste ich irgendwie leben wieder. Ja, naja. Ha! Weckenatzt. Nur weil ich die Vorarbeit geleistet habe. Ja, ja, komm, hör auf. Ah, ja, ist auch so. Ich habe den total weggefeuert mit meinem übelsten Raketenwerper. Übelst geowned hast. Ja. Können wir jetzt weiter die Quest machen? Ne, ja, ich kann ja nichts dafür, wenn ihr stehen, ich erwarte mal, hier gibt es eine Muni-Kiste. Muni-Kiste? Granate. Och, bist toll, Muni. Schon wieder Skech. Wer könnte das Brot-Schlitten-Muni-Kiste machen? Probier jetzt mal hier weg! Wieso legst du dich hier schon wieder mit 5 an, hä? Weil Ena im Janni gewachsen ist. Wo ist denn der Kleine hin? Ach, hier? Ist ja süß. Gemessert! Haben wir es dann? Hörruf, du, Hörruf. Oh, hier kommen wir nie durch, müssen wir wieder durch die Schrotthaufen-Armee. Guten Tag, der Herr. Jo, jo, jo. Ja, läuft auch. Läuft. Bandit. Gebt ihr gleich Bandit. 10k-Kritz sind mit meinem Gewehr hier gerade gar keine Seltenheit. Ich habe gerade ein 8k-Krit hingelegt. Oh. Auch nicht zu verachten. Ja. Aber halt kein 10k-Kritz. Das ist richtig. Binst wohl, scheiß Roboter. Kriegen wir es hin? Natürlich, lebt doch schon wieder. Geht doch. Conny, wo dein Problem ist. Kann ich nie eine Minute alleine lassen. Ja, es ist richtig. Oh, hier hinten gibt es money. Bonehead. Interessanter Roboter. Bringst du ja auch schon wieder rum. Bitte. Naja, üblich.